Wir schauen auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um die Neuaufstellung der Deutschen Bahn. Die wünscht sich jedenfalls die Unionsfraktion. Es sei an der Zeit, dass Unpünktlichkeit, kaputte Züge und Unzuverlässigkeit bei Zugreisen der Vergangenheit angehören, sagt die Union. Und lassen Sie mich ein bisschen spekulieren in diese Debatte hinein, welche Punkte mutmaßlich mehrfach genannt werden könnte. Es könnte sein, dass der eine oder andere Redner aus der Koalitionsfraktion darauf verweist, welcher Partei denn die vier Vorgänger von Volker Wissing angehören. Aber wie gesagt, das ist nur Spekulation. Wir werden als ersten Redner hören in dieser Debatte Ulrich Lange, den stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion. Er gehört der CSU-Landesgruppe an und das passt ja dann wieder zu den Vorgängern von Volker Wissing. Gut. Guten Tag. Schön, Sie zu sehen. Einen schönen guten Morgen, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bald endet das Schuljahr, und diese Bundesregierung steht vor dem Zwischenzeugnis. Und beim Thema Deutsche Bahn muss man sagen, Versetzung gefährdet oder nicht geschafft. Auch eine Vielzahl blauer Briefe an den Konzern über Jahre, ich will bald sagen, Jahrzehnte, hat wohl nichts bewirkt. Mit sehr viel Geld in den letzten Jahren, ich nenne gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD, die Eigenkapitalerhöhungen, 1.000 Bahnhöfe, Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 1, 2, 3 und vieles mehr, noch bei den handelnden Personen im Bahnvorstand, deren Boni wachsen, so wie die anderen Zahlungen, aber nicht die Pünktlichkeit, hat sich wirklich etwas bewegt. Sehr bedenklich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das erlauben Sie mir am Anfang einer solchen grundlegenden Debatte über eine neue Aufstellung der Bahn. Es braucht hier niemand mit dem Finger zu zeigen, über wie viele Jahre wer hier wo mitregiert oder regiert hat. Ich erinnere, Bahnreform der 1990er Jahre, nicht vollendet. Rot-Grün, einen Börsengang begonnen, nicht zum Abschluss gebracht, zum Glück. FDP und Grüne haben noch in den Wahlprogrammen groß darüber gesprochen, dass es einer grundsätzlichen Reform unseres Schienenwesens bedarf. Und jetzt die Kernkehrtwende, nichts davon zu sehen. Schulnoten verteilt, Pünktlichkeit 6, Zuverlässigkeit 6, beim Konzern Haushaltsführung 6, Investitionen an der richtigen Stelle 5. Da kann man sich nur wundern, da kann man sich nur wundern, wenn man jetzt aus dem Konzern hört, Es beginnt die große Modernisierungsmaßnahme im Netz und 1.800 Bahnhöfe bis 2030. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Folien und diese Luftnummern aus der Konzernzentrale kennen hier drin alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben massive Defizite in allen Bereichen und deswegen bedarf es einer grundlegenden strukturellen Neuaufstellung. Dafür sind wir nach vielen Jahren mit diesem Konzern in dieser Zusammensetzung überzeugt. Und dafür brauchen wir eine Reform, die Strukturen verändert und nicht einen Konzern, der über die Presse sagt, wir wollen so wenig wie möglich ändern. Oder eine EVG mit der SPD zusammen, Martin Burkhardt, wenn er sagt, die Erwartungen sind viel zu hoch, da es sich nicht um eine Bahnreform handelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen haben wir vor einigen Wochen grundsätzliche Vorschläge zur Veränderung der Struktur der Deutschen Bahn vorgelegt. Und diese Vorschläge haben große positive Resonanz bei den Verbänden, auch bei Gewerkschaften mit Ausnahme der EVG, beim Bundesrechnungshof und der Monopolkommission berät ja nicht uns, berät ja Sie gefunden. Und deswegen sollten Sie sich doch die Mühe machen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Auflösung der Holding, Trennung des Infrastruktur- und Transportbereiches für mehr Fairness und mehr Wettbewerb. Ein Netz GmbH mit stärkerem Zugriff des Bundes. Eine transparente Verwendung der Mittel zwischen GVFG und Luf und welchen Töpfen wir alles immer wieder geschaffen haben, um anzureizen, ohne dass was passiert ist. DB Schenker behalten wir logistisch bei uns und den Schienengüterverkehr wollen wir durch ein richtiges Hub-System stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und zur Wahrheit, bei all den Debatten gehört ja auch, und das wird jetzt sicher auch spannend, lieber Kollege Gastel, bei aller Freundschaft, Sie haben noch in der Tagesschau online geäußert, Wissing droht mit seinen Vorschlägen deutlich zu kurz zu springen und zentrale Reformziele zu verfehlen. Und der Kollege Herbst, der FDP, hat vor wenigen Wochen hier im Plenum noch groß getönt. In diesem Jahr findet die größte Bahninfrastrukturreform aller Zeiten statt. Und diese tritt nächstes Jahr in Kraft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, davon sehen wir bis heute nichts. Und Sie, lieber Herr Minister, haben auch nur angekündigt, Eckpunkte zur Infrago, Weihnachten, Ostern, Sommerpause. Wir sehen bis heute nichts. Das Einzige, was steht, ist angeblich ein Datum 1.1.24. Es bleibt alles unter dem Dach des Konzerns. Und ob das Parlament beteiligt wird oder nicht, das wissen wir auch nicht. Wir geben Ihnen mit unseren Punkten, wir geben Ihnen allen die Chance, sich wirklich mit der Bahn auseinanderzusetzen. Für eine echte Reform. Denn es kann doch nicht Ihr Ernst sein, eine Reform am Parlament vorbei. Die Schiene hat Zukunft, wenn wir sie gemeinsam gestalten wollen. Dankeschön. Ulrich Lange, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, mit den Vorschlägen der Unionsfraktion zu einer Bahnreform. Die erste Antwort darauf bekommt er von Dorothee Martin, der verkehrspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion. Der Weg ist ein bisschen länger. Guten Morgen, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wie wird die Bahn endlich besser? Wann hören die vielen Verspätungen auf? Wann fallen keine Züge mehr aus? Wann gibt es endlich funktionierendes WLAN? Überall attraktive Bahnhöfe oder auch mehr Kapazität für den Güterverkehr? Das sind wirklich Fragen und Themen, die zu Recht ganz viele Menschen und Unternehmen in diesem Land beschäftigen. Aber Ihre Antworten und Ihre Vorschläge, liebe Union, die bieten hier wirklich nicht den richtigen Weg. Und, Kollege Lange, wenn Sie meinen, hier Schulnoten zu verteilen, glaube ich, dass gerade von der CSU-CDU eine etwas zurückhaltendere Tonlage angebrachter wäre. Was Sie hier auch mit Ihrem Antrag fordern, ist nämlich nichts anderes als eine Zerschlagung der Bahnen. Wir als Ampel dagegen stehen, ganz klar für den integrierten Konzern, in dem die Infrastruktur gemeinwohlorientiert, ohne Gewinndruck arbeitet und in der der integrierte Arbeitsmarkt darin fortbesteht. Und das ist der richtige Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eine Zerschlagung der Bahnen, die würde auch wirklich überhaupt keins der einzigen der Probleme der Schiene lösen. Im Gegenteil, wir hätten ganz langjährige System- und Strukturdebatten, die würden uns lähmen, die würden Zeitkosten, aber eben keine Verbesserung für Kundinnen und Kunden bringen. Das wollen wir nicht. Und wir kennen ja auch von Ihnen, werte Union, Ihre Hintergründe mit dem Mantra des besseren Wettbewerbs, des vermehrten Wettbewerbs auf der Schiene. Sie unterstellen ja hier eine Monopolstellung beim Zugang zum Netz. Aber ganz so einfach ist es wirklich nicht. Denn, wenn wir uns denn mal angucken, die meisten Fälle, in denen in das System Schiene durch solche Modelle, wie Sie sie vorschlagen, mehr Wettbewerb gebracht wurde, die sind doch wirklich krachend gescheitert. Man muss sich nur mal England angucken, man muss sich nur mal die aktuelle Situation in Frankreich angucken. Und fehlender Wettbewerb ist doch, weiß Gott nicht, das, was gerade die Eisenbahn beeinträchtigt. Das sagen übrigens auch alle Wettbewerbsbahnen. Und ganz im Gegenteil, wir brauchen doch in diesem Markt deutlich mehr Kooperationen zwischen den Eisenbahnunternehmen. Wir brauchen aber weniger Schnittstellen und Reibungsverluste. Und wir haben doch auch gesehen, die Länder mit wirklich starken Bahnen, die funktionieren mit integrierten Konzernen. Beispiel Österreich, Beispiel Schweiz, Kollege Don, da waren wir ja gerade vor kurzem. Und da wurde uns doch eindeutig gesagt und gezeigt, dass eine Bahn mit einem integrierten Konzern besser funktioniert. Was wir als Ampel mit der gemeinwohlorientierten InfraGo, also Zusammenführung, DB Netz, Liebestation und Service vorhaben, das ist wirklich sehr, sehr ambitioniert. Neue Struktur, einfache Finanzierung und bessere Kontrolle. Das sind die drei wesentlichen Themen dabei. Und ich sage hier auch sehr deutlich, und das ist unsere klare Erwartungshaltung an das Ministerium, aber auch an die Bahn. Es darf bei dieser Reform nicht nur quasi ein Türschild mit einem neuen Namen ausgetauscht werden. Es braucht tiefgreifende Reformen in den Strukturen, in den Prozessen des Konzerns, eine Stärkung des Netzgedankens, nicht mehr nebeneinander, weg vom Silo-Gedanken. Es braucht gemeinsames, effizientes Arbeiten. Und für uns ist dabei auch sehr wichtig, diese InfraGo, die muss eine wirklich enge politische Steuerung, die muss nachvollziehbare Kennzahlen und Ziele. Und ja, da sind wir bei Ihnen oder Sie bei uns vielmehr, die muss transparente Berichte haben. Wie hat sich der Zustand des Netzes verbessert? Wie viele Bahnkilometer wurden saniert oder kamen neu dazu? Wie viele Güter werden mehr auf der Schiene transportiert, etc. Und vielleicht ein Vorschlag. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, wie die Transparenz bei den Füllständen der Gasspeicher durchaus auch für mehr öffentliches Vertrauen gesorgt hat. Warum gehen wir denn diesen Weg nicht auch für die Bahn, übernehmen das und veröffentlichen transparent Kennzahlen und Fortschritte, die wir auch mit der Bahn dann bewerkstelligen? Meine Damen und Herren, das Ziel steht, am 1. Januar 2024 soll diese neue Infrastruktursparte starten. Und Kollege Lange, Sie sagten ja, Sie können nichts sehen, was bis dahin schon gemacht wurde. Dann gebe ich Ihnen so ein bisschen Sehhilfe jetzt. Wir haben uns mit der Reform des Bundesschienenwegeausbaugesetzes jetzt auf den Weg gemacht, die finanzielle Grundlage für die Infrago zu gestalten. Anstatt wie bislang über Kostenanteile zu diskutieren, können Maßnahmen dann schneller und vor allem gebündelter umgesetzt werden. Damit erleichtern wir deutlich Investitionen im Schienennetz. Wir werden Einnahmen aus der Lkw-Maut zum ersten Mal in das System Schiene geben. Das ist ein echter Meilenstein. Wir sorgen zudem für mehr Haushaltsmittel für die Schiene. Auch ein klares Bekenntnis durch den Koalitionsausschuss mit dem Genehmigungsbesteundigungsgesetz, was wir gleich diskutieren, bringen wir den Ausbau der Schiene deutlich voran, mehr Kapazität für Personen- und Güterverkehr. Und bereits ab nächstem Jahr wird die umfassende Korridorsanierung der wichtigsten Strecken und Knotenpunkte anfangen. Meine Damen und Herren, die Menschen, letzter Satz, Frau Präsidentin, und die Unternehmen in unserem Land, die haben eine Bahn verdient, die pünktlich und zuverlässig ist. Und mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam daran mit aller Kraft arbeiten. Letzte Sätze, ohne und und Komma, nur das zu wissen. Wolfgang Wiede hat jetzt das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wer regelmäßig Bahn fährt, weiß es, es brennt an allen Ecken und Enden, obwohl die Mitarbeiter sehr engagiert sind. Der Bahnkonzern hat große strukturelle Probleme, und diese hat vor allem die Politik verursacht. Die Deutsche Bahn ist seit den Börsenplänen der Kohl-Regierung eine Aktiengesellschaft mit über 600 Tochterunternehmen. Dazu gehört mit DB Schenker auch eine Spedition, die große Teile ihres Geschäfts im Ausland abwickelt. Die Steuerung des Konzerns ist schwierig. Bei einer AG hat der Vorstand das Sagen, nicht der Bund als Eigentümer. Meine Damen und Herren, dieser Zustand hat keine Zukunft. Wir brauchen dringend eine neue Bahnreform. Am wichtigsten sind vier Punkte. Erstens. Die Bahn muss sich wieder auf Deutschland konzentrieren. Zweitens. Statt der vielen kleinen Fürstentümer im Konzern brauchen wir eine klare Struktur. Drittens. Weil die Börsenpläne Vergangenheit sind, muss die Bahn keine Aktiengesellschaft mehr sein. Viertens. Der Bund muss seine Verantwortung fürs Schienennetz klar und transparent erfüllen. In diesem Hohen Hause gibt es schon einen ganzen Zoo an fixen Ideen, wie eine Bahnreform aussehen könnte. Die Koalition will es bei einem Reformchen belassen und nur die zwei Konzerntöchter für Gleise und Bahnhöfe vereinigen. Wie praktisch für die große SPD-nahe Gewerkschaft, die damit ihre Macht maximal sichern kann. Die Kollegen von der Linken möchten selbst diese Minifusion nicht. Aber sie wollen neue Ziele ausgeben. Die Mängel dieses Vorschlags haben wir letzte Woche schon diskutiert. Heute haben wir die Ideen der Unionsfraktion auf dem Tisch. Ja, sie treten mit mehr Mut auf. Die Werkzeuge, die sie für die Reparatur in die Hand nehmen, passen aber einfach nicht zur Aufgabe. In ihrem Antrag steht, dass sie gleich die Holding, also die Konzernmutter, auflösen wollen. Das war mal als letzte Stufe auf dem Weg zum Börsengang geplant. Aber der fand doch nie statt. Was soll daraus werden? Dann bekommen wir eine große Zahl von Bahnfirmen ohne gemeinsames Dach. Firmen für Infrastruktur, Fernverkehr, Nahverkehr, Güterverkehr und so weiter. Im Verkehrsministerium werden zig Leute damit beschäftigt sein, diesen Sack Flöhe zu organisieren. Wenn das eine Reparatur sein soll, dann ist wohl der Presslufthammer das Werkzeug. Die Konzentration auf Deutschland verschieben Sie auf den Sankt-Nümmerleins-Tag. Den größten Akteur im Ausland, die Beschenker, wollen Sie nämlich behalten. Egal, ob der Rechnungshof das Gegenteil verlangt. Egal, auch egal, ob dadurch der deutsche Steuerzahler für Geschäftsrisiken auf der ganzen Welt gerade stehen muss. Wenn Sie DB Schenker mit der Pinzette anfassen, wird Ihnen keine Reparatur gelingen. Einmal Presslufthammer, einmal Pinzette. Damit kommen Sie bei der Bahnreform nicht weiter. Die Pläne der Ampel sind nicht besser. Sie machen riesige Versprechungen, was die Bahn bis 2030 leisten soll, auf Kosten der Straße. Die Mini-Reform bei der Infrastruktur wird die Bahn dazu nicht befähigen. Einfach mehr Geld in Baustellen zu stecken, löst die Probleme ebenfalls nicht. Wenn Sie den Straßenverkehr vernachlässigen und immer weiter verteuern, machen Sie die Bahn auch nicht besser. So ernten Sie am Ende nur großen Ärger. Protest der Bürger, Enttäuschung der Kunden und Frustration der Mitarbeiter. Deshalb schlagen wir von der AfD-Fraktion vor, bei der Neuaufstellung der Bahn ganz objektiv vorzugehen. Klare und verständliche Werte sind die Grundlage. Transparenz, Robustheit, Sparsamkeit und die Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Dazu kommen die notwendigen Methoden. Konzentration auf Deutschland, klare Strukturen, hinterfragende Unternehmensformen Aktiengesellschaft, klare Verantwortung des Bundes für die Infrastruktur. Für den Ausbau der Strecken gab es eine Beschleunigungskommission Schienen. Dort haben viele Akteure des Bahnsektors zusammengearbeitet und die Ergebnisse werden hoch gelobt. Für den Umbau des Bahnkonzerns könnte man etwas Ähnliches machen. Warum passiert das nicht? Die vielen fixen Ideen, die die anderen Fraktionen vorlegen, verraten ist. Jeder will seine Interessengruppen schützen. Das ist der direkte Weg ins Scheitern, meine Damen und Herren. Deshalb verlangen wir von der AfD-Fraktion Schluss mit Lobbyismus und Ideologie. Matthias Gastel hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat einen Antrag vorgelegt, Schiene in die Zukunft führen, Deutsche Bahn neu aufstellen. Darin ziehen Sie Bilanz und stellen fest, zu viele Züge sind defekt, zu viele Züge sind verspätet unterwegs. Das ist auch kein Wunder, wenn man sieht, dass die Infrastruktur über viele Jahre, vor allem auch unter drei CSU-Bundesverkehrsministern, zurückgebaut wurde, nämlich um 15 Prozent. Und im gleichen Zeitraum, wo die Infrastruktur um 15 Prozent geschrumpft wurde, der Verkehr um 27 Prozent zugenommen hat. Das kann nicht gut gehen. Sie haben zu wenig saniert. Sie haben zu wenig ausgebaut. Sie haben dazu beigetragen, das Netz zu schrumpfen. Und das Zeugnis, das Sie vorhin erwähnt haben, das Sie der Deutschen Bahn geben, ist in Wirklichkeit das Zeugnis für Ihre verheerende Verkehrs- und konkret Bahnpolitik. Sie stellen in Ihrem Antrag fest, dass es einen Quantensprung bräuchte. Da ist doch mal hilfreich, nach Bayern zu schauen, wo Sie schon sehr, sehr lange ununterbrochen und ohne große Kompromisse mit Koalitionspartnern eingehen zu müssen, regieren. In kaum einem anderen Land sind so viele Strecken eingleisig wie in Bayern. In kaum einem anderen Land sind so viele Strecken nicht elektrifiziert wie in Bayern. In kaum einem anderen Land tut man sich so schwer, stillgelegte Bahnstrecken zu reaktivieren und wieder in die Fläche zu bringen. In kaum einem anderen Land tut man sich so schwer, Kapazitäten zu erhöhen, damit die Züge pünktlicher fahren können, wie das in Bayern ist. Was ist denn eigentlich Ihre Position zum Brenner-Nord-Zulauf? Sagen Sie doch mal, was Ihre Position ist. Ich höre da nur Wischiwaschi, mal hin und her. Sie haben dieses Projekt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen und torpedieren es in Bayern gleichzeitig. Das ist Ihre Politik. Ich frage Sie als Unionsfraktion, sind das die Quantensprünge, die Sie von anderen fordern? Nein, das sind Sie nicht. Ich sehe zwar Sprünge bei Ihnen, mal nach links und mal nach rechts und mal nach hinten, aber was fehlt, sind die Sprünge nach vorne. Da fehlen die Sprünge. Sie fordern eine Neuaufstellung der Deutschen Bahn. Sie haben in unterschiedlichen Konstellationen sehr, sehr lange im Bund regiert, und Sie haben hier nichts gemacht. Sie haben weder die Organisationsstruktur der Deutschen Bahn irgendwie verändert, noch haben Sie die Auslandsgeschäfte infrage gestellt. Nichts davon haben Sie gemacht. Wir als Ampel legen die Infrastruktursparten zusammen, denn Netz und Stationen gehören zusammen, gedacht, geplant und ausgebaut. Und wir stellen die Infrastruktur gewinnfrei, so wie übrigens die Autobahn GmbH auch keine Gewinne erwirtschaften muss. Details werden noch zu klären sein, wie die Infrastrukturgesellschaft aussieht. Wir sind voll dran. Aber wenn die Reform fertig ist und wenn die Reform gelungen ist, dann wird man diese Trennungsdiskussion gar nicht mehr brauchen. Dann kann man die Reform im Konsens machen. Und das Tollste, wir schaffen das dann in einer Legislatur und nicht über viele, viele Jahre wie das, was Sie sich hier vorgenommen haben. Sie fordern in Ihrem Antrag die Sicherstellung der Finanzierung. Aber es wird nicht einmal gesagt, dass es mehr Geld geben soll. Und es wird auch nicht gesagt, wo Geld herkommen soll. Wir haben gesagt, mehr Geld aus dem Haushalt. Und wir haben gesagt, wir erhöhen die Lkw-Maut und weiten diese aus, um das Geld zu haben für die Infrastruktur. Das setzt auch wichtige Impulse für die Verlagerung von Güterverkehren von der Straße auf die Schiene. Das fordern Sie auch. Aber Sie machen nicht einen einzigen Vorschlag dafür, wie das Ganze funktionieren soll. Sie fordern in Ihrem Antrag, Planung und Genehmigung von Schienenwegen zu beschleunigen. Aber auch hier nicht ein einziger Vorschlag. Sie fordern von anderen, ohne irgendetwas zu liefern. Und ich erinnere mal daran, dass in der letzten Legislatur von Ihrem Verkehrsminister ein Gesetz vorgelegt wurde, nämlich das Maßnahmengesetzbeschleunigungsgesetz. Und dieses Gesetz, wir hatten es zum Glück abgelehnt, weil wir das geahnt haben, was das für eine Pleite wird. Dieses Gesetz führt nicht zu einer Beschleunigung, sondern sogar dazu, dass Infrastrukturprojekte um Jahre länger dauern als vorher. Deswegen werden wir dieses Gesetz entsprechend korrigieren müssen, damit es schneller vorangeht, als mit Ihrem Verlangsamungsprozess, den Sie eingeleitet haben. Wir haben ein Genehmigungsbeschleunigungsgesetz vorgelegt. Einiges davon ist schon in Umsetzung, beispielsweise mehr digital planen und bauen. Einiges ist in Vorbereitung, beispielsweise kleine und mittlere Maßnahmen viel, viel mehr zu machen. Wir setzen auch auf große Maßnahmen, die notwendig sind, außer Neubau, aber eben auch die kleinen, die schneller gehen. Da sind jetzt 350 Projekte in Deutschland in Planung. Die ersten gehen bereits dieses Jahr in die Umsetzung. Bis 2030 sollen die Maßnahmen umgesetzt werden. Überhaupt ist es so, dass wir von der Beschleunigungskommission Schiene, die 70 Beschleunigungsmaßnahmen vorgelegt hat, 80 Prozent davon bereits in Umsetzung oder in Vorbereitung haben. Ich finde, das ist durchaus eine Leistung. Und deswegen komme ich zum Fazit. Ihr Antrag ist sowohl in der Analyse als auch was die Ideen angeht extremst schwach. Eine konstruktive Opposition sieht anders aus. Eine konstruktive Opposition hat Ideen und bringt diese Vorschläge ein in die Debatte. Sie aber dackeln als Unionsfraktion viele Trassenkilometer hinter der Ampelkoalition her. Matthias Gastel am Ende seiner Rede noch mit einem Bild aus dem Bereich der Bahn. Und er sagt außerdem, ein Verlangsamungs- und nicht Beschleunigungsgesetz sehe er in den Vorstellungen der Unionsfraktion zur Bahnreform. Hören wir an, weil die Linksfraktion darüber denkt. Da kommt jetzt Janine Wissler, die bekanntermaßen ja auch Parteivorsitzende der Linken ist. Meine Damen und Herren, an einem langen Wochenende in einem Zug der Deutschen Bahn erhebliche Verspätungen wegen technischer Probleme, Umleitungen, der Zug überhitzt, Wagen fehlen, mehrere Toiletten sind defekt, Anschlusszüge unerreichbar. Ich stehe im Gang und mit mir eine Mutter mit zwei kleinen Kindern und viel Gepäck. Sie hatte eine Sitzplatzreservierung, aber der Zugteil fehlt. Also steht sie stundenlang im Zug, ein Kind im Tragetuch, das andere im Kinderwagen. So ein langes Wochenende kommt nicht überraschend und trotzdem setzt die Bahn regelmäßig viel zu kurze Züge ein, die dann außergewöhnlich hohe Auslastung verzeichnen. Fahrzeuge, Strecken und Personal, alles ist auf Kante genäht. Verspätungen sind beinahe die Regel und der Fahrgastverband pro Bahn warnt, dass es im Sommer noch schlimmer werden könnte. Drei Stunden stehend im Gang sind für niemanden ein Vergnügen. Für eine alleinreisende Mutter mit zwei Kleinkindern ist es eine Tortur. Umgekehrte Wagenreihung und Gleiswechsel nehmen viele mittlerweile achselzuckend hin. Aber für Reisende mit Kinderwagen, mit viel Gepäck und mit Mobilitätseinschränkungen ist das ein Problem. Und wenn die behindertengerechte Toilette mal wieder defekt ist, dann wirft es die Reisepläne von Menschen im Rollstuhl komplett über den Haufen. Und dann sind die Tickets auch noch viel zu teuer. Daran ändert auch das 49-Euro-Ticket wenig. Meine Damen und Herren, für die Verkehrswende brauchen wir eine Neuausrichtung für die Bahn. Die Bahnreform 1994, die Umwandlung der Deutschen Bundesbahn in die Deutsche Bahn AG, ist krachend gescheitert. Über 3.600 Kilometer Strecke stillgelegt. Mehr als 300 Bahnhöfe weniger. Übrigens 80 Prozent in Ostdeutschland. 100.000 Arbeitsplätze abgebaut. Die Devise war, Sparen kürzen auf Rendite trimmen. Und das hat Folgen. In der Schweiz werden 413 Euro pro Kopf und Jahr in die Schiene investiert. In Deutschland nur 124. Dabei müsste doch die Bahn das Rückgrat der Verkehrswende sein. Konsequent am Gemeinwohl orientiert. Mit bezahlbaren Preisen. Mit Bahnhöfen, die nicht das heruntergekommenste Bebeude der Stadt sind. Der Schienenmüterverkehr muss massiv gestärkt werden und Bahnstrecken reaktiviert. Leider ist Verkehrsminister Wissing von der FDP die personifizierte Blockade der Verkehrswende und ein Totalausfall. Und die Latte lag wirklich nicht hoch nach zwölf Jahren CSU im Verkehrsministerium. Deswegen ist es auch ziemlich dreist, dass Sie sich heute als Union als die Retterin der Bahn ausspielen wollen. Und die Ampel, die legitimiert jetzt das Versagen von Wissing noch gesetzlich. Er bekommt mit der Aufweichung der Sektorenziele einen Freibrief zum Verfehlen der Klimaziele. Ja, meine Damen und Herren, wenn ein Verkehrsminister die Klimaziele nicht erreicht, dann muss man doch den Verkehrsminister infrage stellen und nicht die Klimaziele. Und die ganze Debatte um die Zerschlagung der Deutschen Bahn, um die Trennung Netz und Betrieb, um neue Sparten, das ist doch eine Ablenkungsdebatte. Davon, dass es nicht ausreichend Investitionen gibt in die Bahninfrastruktur, das löst doch überhaupt kein Problem. Wir haben großen Respekt vor den Beschäftigten der Deutschen Bahn und in allen anderen Bahngesellschaften, die unter diesen schwierigen Bedingungen ihren Job machen und die zu Unrecht viel Unmut und Verärgerung abbekommen. Ihre Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Und deswegen unterstützen wir auch die Lohnforderung der EVG in der aktuellen Tarifrunde. Die Tarifrundverhandlungen sind gescheitert, weil sich das Staatsunternehmen Deutsche Bahn sich weigert, seine Beschäftigten vernünftig zu bezahlen und eine Einigung blockiert. Unsere Solidarität den Beschäftigten, wenn sie streiken, dann ist das mehr als berechtigt. Ein Bahnchef, der sich das Gehalt verdoppelt, ein Vorstand, der seinen Führungskräften Erfolgsboni genehmigt und 14 Prozent höhere Vorstandsbezüge beschließt, der macht sich doch lächerlich, wenn er die Forderung nach 12 Prozent mehr Lohn als überzogen darstellt und seinen Beschäftigten Reallohnverluste zumuten will. Und mit Leistungen lassen sich diese Boni ganz sicher nicht begründen. Ich komme zum Schluss. Letzter Satz, meine Damen und Herren. Wir wollen Deutschland zum Bahnland machen. Und dafür braucht es die Bahn der Zukunft, georientiert am Gemeinwohl, Mobilität für alle im ganzen Land, zu bezahlbaren Preisen, im Interesse der Fahrgäste und des Klimaschutzes. Vielen Dank. Janine Wissler für die Linksfraktion am Ende noch mal mit Ausführungen zum Thema Vorstandsboni versus Gehälter der Beschäftigten. Sie wissen, dass die Verhandlungen der Bahn mit der Eisenbahnverkehrsgesellschaft gescheitert sind und alle jetzt warten, wie es wohl weitergeht, ob es eine Schlichtung geben wird oder ob es vielleicht doch Streiks gibt. Das wäre bitter angesichts der bevorstehenden und in Nordrhein-Westfalen schon begonnen habenden Ferienzeit. Jetzt geht es hier weiter mit der Debatte zur Neuaufstellung der Deutschen Bahn. Es liegt, wie gesagt, zugrunde ein Antrag der Unionsfraktion. Und der nächste Redner ist der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Digitales und Verkehr, Michael Theurer. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, zunächst weise ich die Vorwürfe der Abgeordneten Wissler von den Grünen. Wir würden die Klimaschutzziele von den... Also einen Ordnungsruf gibt es für sowas nicht? Ich wollte das nur kurz sagen. Es war keine... Aber sicherlich eine Entschuldigung bei Frau Wissler. Es war keine Absicht. Ich entschuldige mich dafür. Unter der Gütenliebe. Nein. Ich entschuldige mich dafür. Aber die entscheidende Frage ist, ich weise den Vorwurf der linken Abgeordneten Wissler mit Entschiedenheit zurück. Wir würden die Klimaschutzziele aufgeben mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes. Im Gegenteil, die Flexibilisierung des Klimaschutzgesetzes überwindet eine dirigistische Lockdown-Logik und ermöglicht die Sektorkopplung und damit die Erreichung der Klimaschutzziele zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten. Das ist dringend erforderlich. Und ich bin froh, dass die Regierung mit den Grünen, der SPD und der FDP diesen Weg geht. Und wir werden an dieser Stelle auch Kaniota abweichen von der Erreichung des Klimaschutzes. Wir wollen Klimaschutz, Arbeitsplätze und Mobilität sichern. Eine ehrliche Bestandsaufnahme, meine Damen und Herren, ist im Bereich der Bahn absolut erforderlich. Die Probleme wurden von den Vorrednerinnen und Vorrednern bereits genannt und sind täglich spürbar. Wir haben über 5 Millionen Passagiere, die täglich von der Bahn, von der Schiene transportiert werden. Wir haben täglich über eine Million Tonnen Güter, die da transportiert werden. 200.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn wirken daran 24 Stunden, sieben Tage mit und leisten Großartiges. Verspätungen. Dafür auch mal ein herzliches Dankeschön an der Stelle. Wir sollten Erfolge auch nicht zerreden, sondern gemeinsam auch arbeiten. Wir sollten die Rückstände, die sich über Jahre hinweg hier ergeben haben, Instandsetzungsrückstände, Sanierungsrückstände, unterlassene Instandhaltung, jetzt gemeinsam zu beseitigen. Denn die Schwierigkeiten in der Infrastruktur sind die Ursache für Verspätungen und Probleme im Schienennetz. Wir haben diese Probleme nicht verursacht. Schuldzuweisungen helfen aber auch nicht. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Probleme im Interesse der Menschen und der Volkswirtschaft gelöst werden können. Deshalb packen wir die Generalsanierung in den Korridoren beherzt an. Deshalb haben wir die Empfehlungen der Beschleunigungskommission Schiene mit großer Werbe angepackt und schneller als andere Regierungen Gesetzesvorschläge auf den Weg gebracht. Das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz wird heute im Bundestag beraten. Die Novelle des Bundesschienenwegeausbaugesetzes ist vom Kabinett beschlossen worden. Darin werden Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen, die dann den Aufbau einer neuen Finanzierungsarchitektur ermöglichen. Die Bildung der gemeinwesenorientierten Infrastruktursparte durch die Verschmelzung von Stationen, Service und Netze ist auf gutem Weg und wird am 01.01.2024 auch in Kraft treten. In der Tat, meine Damen und Herren, wir waren in der Schweiz. Wir haben gesehen, dass bei der SBB in einem integrierten Konzern ein guter Schienenverkehr gemacht werden kann, auch in der ÖBB. Die Unabhängigkeit der Trassenvergabestelle ist da ein entscheidendes Momentum. Wir gehen genau mit den jetzt angestoßenen Reformen den Weg, der uns in eine bessere Zukunft führt. Von den 70 Vorschlägen der Beschleunigungskommission sind bereits 17 Vorschläge in der Umsetzung, 42 Maßnahmen in Vorbereitung und 14 weitere in Prüfung, dabei auch schwierige rechtliche Fragen, etwa die Frage, wie eine neue Finanzierungsarchitektur mit der Bundeshaushaltsordnung und dem Haushaltsgrundsätzegesetz in Einklang gebracht werden kann, auch Fragen, wie man die Schwierigkeiten mit den Nutzen-Kosten-Verhältnissen, mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Elektrifizierungslücken und Engpassbeseitigungen unbürokratischer beseitigen kann. Das wollen wir mit einem moderne Schienegesetz lösen, an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Allerdings geht hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Meine Damen und Herren von der CDU CSU, in Ihrem Antrag sprechen Sie sich aus, dafür, Schenker nicht zu verkaufen. Schenker ist einer der größten Logistikkonzerne der Welt. Die Wettbewerber dieses Konzerns Schenker kaufen zu. Sie haben in Ihrem Antrag keine Antwort auf die Frage, wer die notwendigen Zukäufe, die Wachstumsstrategie für Schenker finanzieren soll. Sie haben keine Finanzierungsvorschläge hier gemacht, wie das laufen soll. Sie gefährden damit eine gute Zukunft dieses Konzerns. Wir glauben, dass es im Interesse der Beschäftigten liegt, einen Verkauf zu prüfen und sind gespannt, welches Ergebnis diese Prüfung ergibt. Für mich ist klar, das Geld und die Organisationskraft muss in die Schiene und in den Schienenverkehr in Deutschland fließen. Und genau davon lässt sich diese Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen leiten. Wir setzen das um. Vielen Dank. Michael Theurer, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, wird wahrscheinlich die Parteizugehörigkeit von Johannine Wissler nicht mehr verwechseln. Da war der Aufruhr groß zu Beginn seiner Rede. Der nächste Redner hier ist Michael Dondt aus der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, immer mehr Geld in die Deutsche Bahn hineinzupumpen, wenn die inneren Konzernstrukturen und die äußeren Rahmenbedingungen für einen starken Bahnverkehr nicht passen, ergibt keinen Sinn. Das Bundesverkehrsunternehmen ist aufgrund der Rechtsform einer Aktiengesellschaft für das Parlament nicht zu kontrollieren. Das sind nicht meine Worte. Kollege Gastel hat es schon erkannt. Das war ein Zitat aus der Bahnstrategie der Grünen-Bundestagsfraktion von 2021. Ich sage das nicht oft. Ich sage das nicht oft, aber sie hat recht. Und die FDP forderte in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl die Trennung von Infrastruktur und Bahnbetrieb sowie eine Privatisierung des Betriebs. Und jetzt, nicht mal zwei Jahre später, ist von den Grünen und liberalen Wahlversprechen nichts übrig geblieben. Zum 01.01.2024 soll die gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte, kurz Infrago, aus der Fusion von DB Station und Service und DB Netz an den Start gehen. Die Branche außer der DB ist sich einig, dass eine ordentliche Umsetzung in der kurzen Zeit praktisch nicht mehr möglich ist. Statt 740 soll es künftig dann wenigstens 739 Unternehmen im Konzern geben. Mehr ist nicht vorgesehen. Was ist der Auftrag der neuen Gesellschaft? Welche Ziele hat die neue Gesellschaft? Und wie wird sie gesteuert? Fehlanzeige. Die DB selbst und die mächtige EVG sagen, wir wollen so wenig wie möglich ändern. Also bloß ein neues Päpperle drauf und alles läuft wie bisher weiter. Und das nehmen Sie so hin. Eine Definition, was Gemeinwohlorientierung für die Infrago heißt. Fehlanzeige. Eine Eigentümerstrategie des Bundes für die neue Gesellschaft. Fehlanzeige. Mit am wichtigsten, die Finanzierung von 45 Milliarden Euro bis 2027. Weitgehend Fehlanzeige. Wie viel wird aus der Verdopplung der Lkw-Maut dieser gigantischen Steuererhöhung in die Schiene fließen? Die Steuerung durch den Bund und damit sich überhaupt etwas ändert. Ein Steuerungsrucksack ist wohl geplant, bisher aber auch ohne Inhalte. Wir wollen es dagegen richtig machen. Kein Reformle, sondern eine tiefgreifende, strukturelle Reform, die gut und sorgfältig vorbereitet werden muss. Das ist jetzt notwendig. Und das braucht eben auch Zeit. 30 Jahre lang haben wir es anders versucht. Aber der integrierte Konzern, da sind wir uns doch einig, funktioniert so nicht. Es braucht die Trennung von Netz und Betrieb. Die Infrastruktur muss in einer bundeseigenen und weisungsgebundenen Schieneninfrastruktur gebündelt werden, und zwar außerhalb der DB Holding. Und dazu gehört aus unserer Sicht auch der DB Navigator übrigens, der ja faktisch eine Monopolstellung hat. Eine Trennung, liebe Kollegin Martin, wie sie übrigens in Spanien sehr erfolgreich praktiziert wurde. Jahrelang heißt es, der integrierte Konzern sei optimal. Da sind alle Fachleute unter einem Dach beisammen, können mit ihrem Wissen gut zusammenarbeiten. Und jetzt heißt es, auch von der Bahn, man muss diese Reform machen, um Netz und Station und Service in einer neuen Struktur zusammenzuführen, damit sie effizient zusammenarbeiten können, fällt Ihnen dieser Trugschluss und der Knoten in der Denkweise auf. Vor allem aber eins aus, Neu und Umbau der Infrastruktur muss durch den Bund sichergestellt, finanziert, gesteuert und verantwortet werden. Und der Deutschlandtakt, den die SPD in weiten Teilen wohl nicht mehr will, muss kommen. Für die Zukunft der Schiene hat die aktuelle Bundesregierung kein inhaltliches Konzept, außer dem Starttag. Wir brauchen aber eine Bahnreform 2.0. Danke schön. Michael Dohnt war das Mitglied des Verkehrsausschusses, wie auch der nächste Redner, Christian Schreider, jetzt für die SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum hier und an den Bildschirmen. Wer hat sie noch nicht selbst erlebt, die Probleme der Deutschen Bahn? Dank des kühnen Antrags der Union wissen wir jetzt auch, was der angebliche Grund dafür ist. Ich zitiere. Die Bahn hat viele Milliarden vom Bund erhalten, aber die notwendigen Investitionen nicht getätigt. So steht es schwarz auf weiß in ihrer Antragsbegründung. Also noch mal für alle zu mitschreiben. Die Bahn hat vom Steuerzahler viele Milliarden für Investitionen in die Infrastruktur bekommen, diese aber gar nicht getätigt. Das klingt nicht gut. Das klingt, als würde die Union unterstellen, die Bahn hätte sie verschludert und verschüttet die vielen Milliarden. Aber wer war denn bei der Bahn dafür verantwortlich, für die Infrastruktur bis zum Regierungswechsel? Sagt Ihnen vielleicht der Name Ronald Profalla etwas? Jener CDU-Mann, der schon im Kanzleramt nichts gerissen hat und zur Belohnung DB-Vorstand für Infrastruktur werden durfte, ab 2017? Haben Sie vielleicht mal Ihren Parteifreund Profalla gefragt, wo die vielen Milliarden sind? Wenn, dann hat er sie verschludert, die vielen Milliarden. Klären Sie das doch bitte mal parteiintern. Immerhin aber wissen wir jetzt, wer noch alles für das Desaster der Bahn verantwortlich ist. Nicht nur zwölf Jahre Verkehrsminister von der CSU, sondern auch die CDU. Bofallers fünf Jahre als DB-Vorstand für Infrastruktur haben das Desaster der Bahn komplett gemacht. Das haben Sie in Ihrem Antrag ja jetzt wunderbar nachgezeichnet. Vielen Dank dafür. Liebe Union, wenn ihr eine Dienstreise tut, dann hätte ich erwartet, dass ihr auch etwas davon mitnehmt. Jetzt wart ihr mit uns extra in der Schweiz auf Exkursion ins Bahnsystem der Eidgenossen. Habt erlebt, wie man es besser macht. Pünktlichkeitswerte von 98 Prozent, Anschlüsse wie Schweizer Uhrwerke, zufriedene Kundinnen und Kunden. Und das alles im integrierten System der schweizerischen Bundesbahn. Vorbild SBB. Vorbild Schweiz, wo die Rädchen perfekt ineinander greifen, wo man sich auf einen guten Bahnbetrieb konzentriert und nicht auf Bürokratie, Ideologie oder Überorganisation. Aber kaum seid ihr wieder daheim, was macht ihr da? Ihr schreibt einen Antrag, der das genaue Gegenteil dessen fordert, was die Schweiz so erfolgreich macht. Und Japan übrigens auch, das Bahnvorbild Land Nummer zwei. Ihr schreibt einen Antrag, der die vollständige Trennung von Netz und Betrieb fordert, von Rad und Schiene. Der fordert, die 740 Tochterfirmen der Deutschen Bahn zu entflechten. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 740 Firmen entflechten. Da denkt man nach und fragt sich dann, wer soll das machen? Wie lange soll das dauern? Und wie viel dB wird damit jahrelang lahmgelegt? Eines jedenfalls braucht die Deutsche Bahn ganz sicher nicht. Noch mehr Chaos durch endlose Selbstbeschäftigung. Davon hatten wir in 30 Jahren die BAG nun wirklich mehr als genug. Und deshalb braucht die Deutsche Bahnpolitik eines auch ganz sicher nicht. Schaufensteranträge mit wahnwitziger Bremswirkung auf ein sowieso schon gestresstes Bahnsystem. Was Deutschlands Bahnsystem braucht, das ist vor allem Anpacken mit Augenmaß, Maßnahmen mit Pragmatismus und das Unterhaken aller Beteiligten. Und genau das haben wir gemacht. Wir von der Beschleunigungskommission Schiene mit 70 pragmatischen Vorschlägen erarbeitet in nur fünf Monaten konzentrierte Arbeit. Wir haben gemeinsam in gerade mal einem halben Jahr mehr kluge Konzepte entwickelt, als alle CSU-Minister und Ronald Pofalla zusammen. Und das alles unter einem Leitmotiv. Schneller, mehr Kapazität auf die Schiene. Denn wir wollen eine Verkehrspolitik für die vielen und nicht endlose Daueraufträge für die Organisationsberater. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, das Schienennetz, damit die Bahn endlich ein starkes Rückgrat bekommt. Ein starkes Rückgrat und ein kundenfreundliches Gesicht. Dazu bauen wir die Deutsche Bahn kompakt um. Vereinen DB Netz und DB Station und Service zu einer schlagkräftigen Infrastruktursparte. Orientiert am Gemeinwohl, also endlich an Qualität und Kapazität. Und nicht an Effizienz und Profit. Orientiert aber auch am Wohl der Belegschaft. Am Wohl der Belegschaft. Wir erhalten den über 200.000 Kolleginnen und Kollegen der DB ihre Vorteile im Konzern. Die Tarifbindung, den internen Arbeitsmarkt mit all seinen Wechsel- und Weiterbildungschancen. Und damit übrigens auch den wichtigen Austausch von Ideen und Innovationen. Denn eines muss man an dieser Stelle auch in aller Deutlichkeit sagen. Leidtragende Ihres Vorschlags wären vor allem auch die über 200.000 Mitarbeitenden der Deutschen Bahn. Die werden wir schützen und die Bahn besser machen. Pragmatisch, praktisch, zügig. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion spricht jetzt Dr. Dirk Spanier. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren. Ja, dass die Deutsche Bahn nicht funktioniert, das kann jeder einfach an einem Wochenende ausprobieren, wenn er mit der Deutschen Bahn fährt. Dass die Finanzen der Deutschen Bahn nicht funktionieren, das kann jeder, der in die Bilanzen der Deutschen Bahn guckt und auch hier gerade im Bundestag die ganzen Haushaltsmittel für die Deutsche Bahn beobachtet, auch mal gerne über die Jahre, kann er sofort nachvollziehen. Wir haben also ein massives Transparenzproblem bei der Deutschen Bahn. Und wenn ich dann, wenn ich dann den Beitrag von Ihnen, Herr Donth, höre zu diesem Thema, Sie sagen, ein Punkt dafür, dass die Deutsche Bahn so intransparent und auch so erfolglos, weil nicht leistungsorientiert ist, ist, dass die Bahn eine AG ist. Jetzt muss ich aber schon mich ein bisschen wundern, das werfen Sie ausgerechnet den Kollegen von den Grünen vor, dass er das hier kritisiert hat, der Herr Gastel zu Recht kritisiert hat, dass die Deutsche Bahn eine AG ist. Das ist doch Ihr Werk. Das ist Ihr Werk, das Sie gemacht haben. Das ist ein politisches Meisterstück, wenn man die Regierung verlassen hat, die eigenen Fehler anderen Leuten zuzuschreiben. Toll, das können Sie hervorragend. Ob Sie eine Bahn steuern können, das können wir alle selber sehen. Fakt ist, Sie haben hier einen Antrag gestellt, Sie haben hier einen Antrag gestellt, und da sind ja einige richtige Kritikpunkte drin. Natürlich hat mein Kollege schon erläutert, im Wesentlichen kommen Sie gar nicht auf den Punkt. Was hier der Fall ist, ist, dass wir alle getäuscht werden von den Machenschaften, gerade auch der SPD, die hier alles verschleiert. Sie wollen keine gemeinnützige GmbH, Sie wollen eine AG, damit der Vorstand intransparent arbeiten kann, wie er das auch heute schon in der Bahn tut. Und wie funktioniert das, das will ich Ihnen mal kurz erklären. Der Vorstand genehmigt sich hier unendlich hohe Vorstandsgehälter. Und wer genehmigt die? Der Aufsichtsrat. Wer sitzt im Aufsichtsrat? Ihre Kollegen von der Regierungskoalition. Und das Ganze auf der anderen Seite des Aufsichtsrats wird toleriert von den Arbeitnehmervertretern. Und wer sitzt an der Spitze der Arbeitnehmervertreter? Ihr Ex-Kollege Burkhardt. Das ist ein Kartell, ein Kartell der raffenden Hände. So sieht es nämlich aus. Ja, und das müssen wir durchbrechen durch eine GmbH. Wir müssen Transparenz reinbringen in diese ganze Konstruktion, die im Wesentlichen von der SPD geprägt ist. Und das sollten wir hier im Bundestag mal angehen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Wir müssen uns auf jeden Fall festhalten. Anders als bei vielen anderen Themen in diesem Parlament sind wir uns zumindest in der Grundanalyse einig. Die Bahn ist ein Versprechen, das jeden Tag tausendfach gebrochen wird. Und wenn man das so einmal feststellt, dann ist es ja spannend zu sehen, dass, obwohl sich Menschen nicht darauf verlassen können, pünktlich ans Ziel zu kommen, Obwohl sie sich nicht darauf verlassen können, dass der Zug überhaupt fährt und obwohl sie sich auch nicht darauf verlassen können, dass Güter über die Schiene pünktlich ankommen, nutzen die Schiene jedes Jahr mehr Menschen. Das zeigt uns, wenn wir diese Hemmnisse, Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit und auch fehlende Kapazität noch abbauen, wie groß das Potenzial für die Schiene wäre, wenn wir diese Potenziale endlich heben. Die Menschen, die aber die Schiene lieben, und da gehören nicht nur Grüne dazu. Da gehören alle dazu, alle Unternehmen, die endlich klimaneutraler ihre Güter transportieren wollen. Da gehören alle dazu, die ohne die Kosten eines Autos trotzdem mobil sein wollen. Da gehören alle dazu, die weite Strecken nicht nur in Japan oder Frankreich gut mit dem Zug fahren wollen, sondern auch in Deutschland dazu. Aber wer die Schiene liebt, der verzweifelt an der Bahn. Und deswegen, weil Bahn und Schiene eben unterschiedliche Sachen sind, ist es auch gut, dass wir als Ampel jetzt diese beiden Dinge, Bahn und Schiene, ein Stück weit entkoppeln mit der Infra-Geo. Und zwar zum 01.01.2024. Und dabei wird es entscheidend sein, wie auch hier die Mitwirkungsrechte nicht nur des Bundesverkehrsministeriums mit seinen Steuerungsrechten, sondern auch die Mitwirkungsrechte des Parlaments über Verkehrs- und Haushaltsausschuss auch festgeschrieben werden. Die Kollegen von der Union haben ja viel aufgeschrieben. Und ich würde mich da Matthias Gastel anschließen. Das ist vor allen Dingen eine Selbstbeschreibung der eigenen Fehler der letzten 16, beziehungsweise mindestens zwölf Jahre, die hier erfolgt sind. Und auch, wenn ich zum Beispiel den Kollegen Lange anschaue, auch die fehlende Wirkung, die hier der Verkehrsausschuss in diesen Jahren tatsächlich erzielt hat. Zur ehrlichen Analyse gehört an der Stelle, diese große Verzweiflung im Land, die hier existiert, diese große Unzufriedenheit mit der Bahn, die werden wir auch im Parlament stärker hebeln müssen. Hier im Parlament wird die Unzufriedenheit im Land umgewandelt in politischen Druck. Nicht im Verkehrsministerium, sondern hier im Parlament. Und wenn wir uns ansehen, in welchem Zustand Bahn- und Schieneninfrastruktur nach zwölf Jahren sind, dann bedeutet das, dass wir diese Infra-GO, dass wir diese Bahnstrukturreform auch nur dann besser hinbekommen als die vorigen Regierungen, wenn auch das Parlament hier stärker wird. Der Kollege und Staatssekretär Theurer hat es angesprochen. Da sind viele komplizierte Fragen zu klären, gerade auch im Verhältnis mit der Bundeshaushaltsordnung. Aber wir müssen auch noch mal festhalten, der Bund war immer Eigentümer der Bahn. Und der Haushaltsausschuss und das Parlament haben immer Gelder für die Bahn freigegeben. Als ausreichende Steuerung reicht das offensichtlich nicht. Und deswegen wird es zentral sein, hier auch besser festzuschreiben, was die Mitwirkungsrechte und was die Steuerungsrechte des Parlaments sein werden. Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir gemeinsam mit den Kollegen von SPD und FDP, gerade auch im Haushaltsausschuss, sehr stark darauf achten werden, dass hier so ausgestaltet wird, dass der Haushaltsausschuss und natürlich auch der Verkehrsausschuss eine bessere statt eine schlechtere Zugriffsmöglichkeit und Wirksamkeit gegenüber der Bahn bekommen, als das heute der Fall ist. Bei der Aktiengesellschaft geht es nicht. Ich möchte an der Stelle noch mal auf ein Portal verweisen, was diese Woche neu freigeschalten wurde, nämlich das Portal DB Watch des Netzwerks Europäische Eisenbahn. In dem Zusammenhang war viel die Rede davon, dass der Bahnvorstand, und ich glaube, das würde hier niemand bestreiten, in den letzten Jahren sehr viel Vertrauen verspielt hat. Und jetzt ist es so, dass auch die Wettbewerber der Bahn nicht nur das Parlament sehen, sie müssen hier noch stärker Druck machen, sie müssen auch ihre Möglichkeiten für Kontrolle und Transparenz stärker nutzen. Und deswegen empfehle ich allen, auch dieses Portal DB Watch, das sich auch mit der Umsetzung der Infra-GO beschäftigt, sehr stark und immer mal wieder anzuschauen. Und aber gerade, wenn sich selbst die Wettbewerber der Bahn hier auf den Weg machen, muss uns das als Parlament Anspruch sein, hier selbst auch noch deutlich stärker mit in die Verantwortung zu gehen. Lassen Sie mich an letzter Stelle sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das steht unter anderem auf diesem Portal. Und Herr Lange, und es spricht ja gleich noch Enak Ferlemann, was ich bemerkenswert finde in dieser Debatte, wenn man die eigenen Fehler anderen zuschreiben will, dann noch eigene Protagonisten dieser Regierungszeit in dieser Debatte reden zu lassen, macht es tatsächlich nicht wirksamer oder glaubwürdiger. Vertrauen allein von Haushaltsausschuss und Verkehrsministerium in den letzten Jahren war nicht gut. Kontrolle muss besser werden. Vielen herzlichen Dank. Paula Pielschotter war das hier für Bündnis 90 Die Grünen. Und wir haben hier schon häufiger gehört, dass natürlich auch auf die bisherigen Verkehrsminister verwiesen wurde, die ja doch zum großen Teil aus der CSU stammen. Hier sehen wir auch noch mal Peter Ramsauer, 2009 bis 2013 zum Beispiel Verkehrsminister. Nun ist am Pult für die FDP allerdings Valentin Abel. Das zeigt auch dieser Antrag. Ich gebe Ihnen ja absolut recht, es kann und darf nicht so bleiben bei der Deutschen Bahn. Und es gibt viele Fehler, die das System Schiene derart ans Limit gebracht haben. Ich muss aber auch sagen, die allermeisten davon lassen sich auf bahnpolitische Fehler der vergangenen 15 Jahre zurückführen, von denen wir zwölf Jahre unionsgeführte Verkehrsministerien hatten. Ich habe in der letzten Woche schon darauf hingewiesen, dass die Belange des Schienenverkehrs in der Vergangenheit viel zu lange beiseite geschoben worden sind. Aber wenn ich mir jetzt nur mal die letzten anderthalb Jahre anschaue, Bahnreform 2.0, Genehmigungsbeschleunigung, Deutschlandticket, Finanzierungsarchitektur, eine Überarbeitung des NKVs, Sanierungskonzepte, die wir vorher so nicht hatten. Diese Regierung packt jetzt die Dinge an, die notwendig sind, diese Reihe von Fehlern, die historisch gewachsen sind, aufzuarbeiten. Und dafür drehen wir an allen Stellschrauben. Und das merkt man auch alleine schon, wie oft wir über Schienenpolitik in diesem Haus dieser Tage reden. Ja, die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen in Hand des Staates. Und als solches ist es umso mehr in der Pflicht, für ein Level-Playing-Field auch für private Anbieter zu schaffen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir die Interessenkonflikte innerhalb des jetzigen Konzerns durchbrechen. Und deswegen braucht es eine vom Fahrbetrieb getrennte Infrastruktursparte, die einzig dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Damit die Infrastruktur endlich allen Eisenbahnverkehrsunternehmen gleichermaßen zugänglich ist und kapazitätsmindernde Fehlanreize, der Kollege Gastel hat es schon schön aufgezählt, minimiert werden. Und eben diese größte Bahnreform seit 30 Jahren stoßen wir jetzt an. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, wir brauchen für Waffengleichheit auf der Schiene neben einer unabhängigen Infrastruktur auch möglichst freien Datenzugang zu Mobilitätsdaten auf der Schiene. Was wir nicht brauchen, ist eine staatliche Mobilitäts-App. Die fordern Sie nämlich, wenn Sie wollen, dass der DB Navigator jetzt quasi eine Monopolstellung zementiert bekommt. Ich halte das nicht für zielführend. Ich glaube, dass es faire Teilen von Vertriebs- und Echtzeitinformationen jedermann erlauben würde, innovative Apps zu entwickeln, die im Idealfall auch verkehrsträgerübergreifend es ermöglichen, öffentlichen Verkehr zu stärken. Zweitens. Die Forderung, in diesem Zusammenhang DB Schenker unbedingt im Konzern halten zu wollen, halte ich nicht für sinnvoll. Zum einen gibt es keine Garantie dafür, dass DB Schenker auf Ewigkeit die Cash-Kau der DB bleibt. Zweifelsinn auf jeden Fall angebracht. Des Weiteren müssen wir attestieren, dass die Deutsche Bahn mit 30 Milliarden Euro in der Kreide steht. Und wir uns ernsthaft fragen müssen, ob ein Staatsunternehmen ein global agierender Logistikkonzern sein soll, wenn es selbst seinen Kernaufgaben im eigenen Land nicht mehr wirklich nachkommen kann. Wir halten es deshalb für sinnvoll, einen Verkauf von Ergebnis offen zu prüfen und im Erfolgsfall neben Mitteln zur Schuldentilgung vor allem auch Gelder zur Sanierung der Infrastruktur freizusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Verkehr auf der Schiene bekommt endlich die Aufmerksamkeit und die Mittel, die er dient, damit wir Mobilitätspolitik in diesem Land im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und des Klimas machen können. Nach vielen Jahren des Stillstands auf der Bahn ist sprichwörtlich wieder Zug drin. Und ich kann Ihnen versichern, der Zug hat keine Bremse. Das, liebe Union, liegt allerdings nicht an Ihrem Antrag, der primär eigene Versäumnisse aufzeigt, um dann das zu fordern, was größtenteils eh schon in der Pipeline ist. Deswegen werden wir ihm auch so nicht zustimmen können. Vielen Dank. Valentin Abel hat hier begründet, warum die AfD diesem Antrag der Unionsfraktion nicht zustimmen wird. Dieser wird allerdings erst an die Ausschüsse überwiesen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, inzwischen diskutieren wir schon über eine Stunde über das Thema Deutsche Bahn, über die Frage der Strukturen, der Finanzen, über die Frage, was zukünftig sein wird. Aber wir vergessen das, was hinter der Bahn steht, das, was hinter dem steht, dem Konzern steht und auch das, was die Bahn ausmacht, nämlich die Menschen, die hinter der Bahn stehen. Die Menschen, die entsprechend hier vor Ort ihre Mann, ihre Frau stehen müssen, die in den letzten Monaten unglaublich vieles geleistet haben. Ich selber bin oft Bahn gefahren in den letzten Monaten, habe oft auch eine Verspätung erleiden müssen, war oft frustriert, war oft etwas dauernd, habe gedacht, Mensch, wie geht es jetzt weiter, da komme ich weiter überhaupt. Und die Bahnmitarbeiter waren immer zuversichtlich, professionell und haben auch entsprechend eine professionelle, gute Arbeit gemacht. Deshalb nochmal an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön auch gerade den Bahnmitarbeiter, die hier wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Meine Damen und Herren, jeder hat zur Zeit, wie der Bahn unterwegs ist, weiß, dass auch die Qualität und die Leistung in den letzten eineinhalb Jahren nochmal massiv abgenommen hat. Die Bahn entspricht nicht mehr dem, was der Kunde sich verspricht. Zwischen 2015 und 2021 war die Pünktlichkeit der Fernverkehrsverbindungen bei 74,4 Prozent und 81,8 Prozent, das war der Durchschnitt. Im letzten Jahr, 2022, ging dieser Schnitt nochmal um 10 Prozentpunkte runter auf 65,2 Prozent. Das heißt, von drei Zügen waren nicht mal zwei Züge pünktlich. Insofern war das etwas, was, glaube ich, nochmal zeigt, dass die Bahn nochmal schlechter geworden ist, als es eh schon war. Lassen Sie uns alle umtreiben. Mit einem kleinen Reformchen oder einem weiter so ist das nicht getan. Denn am Geld allein kann es nicht liegen. Denn im Gegensatz zu dem, was die Vorredner teilweise gesagt haben, wurde in die Bahn in den letzten Jahren enorm viel investiert. In den letzten Jahren wurde so viel in die Schienen investiert wie noch keine Jahre zuvor. Im Zeitraum von 2017 bis 2022 wurde die Investition in die Schienen nochmal verdoppelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Trendwende, von der vorhin jeder gesprochen hat, ist da schon längst von Minister Scheuer und auch Elag Vörlemann in den letzten paar Jahren gemacht worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist gemacht worden. Man hat mehr Geld investiert. Auch mehr Geld hat man investiert als in die Autobahnen und die Straßen, die damals auch sehr viel gebraucht haben. Im Haushaltsjahr 2021 gab der Bund 11,1 Milliarden Euro für den Erhalt und den Ausbau des Schienenverkehrs aus. Meine Damen und Herren, vergleichen wir die Zahlen jetzt mit heute. Folgt die große Ernüchterung. Trotz großen Reden und Ankündigungen der Ampelkoalition stehen im Haushalt 2023 nur noch 9 Milliarden Euro für die Schienenwege und zur Verfügung. Das ist eine Reduktion von 18 Prozent, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss keine Mathe-Gene sein, um zu sehen, bei der Schieneninfrastruktur ist doch keine Erhöhung der Finanzmittel zu erkennen, sondern eher real ein Minus. Und es kommt noch schlimmer. Im letzten Jahr gab es einen historischen Rekord bei den Baukostensteigerungen. Bis zu 20 Prozent mehr Baukosten, die gebraucht worden sind. In Wahrheit werden deshalb die bereitstehenden Mittel für den Ausbau und der Erhalt der Schiene sogar reduzieren. Statt die immer wieder genannten Mehrausgaben haben Sie am Hissing weniger für Sanierung und Ausbau bereitgestellt. Das ist ein ganz, ganz falsches Signal für die Bahn und auch für die Bahnkunden. Die Erreichbarkeit Ihrer eigenen Bahnpotenziale rückt damit in noch weitere Ferne. Sie haben kürzlich einen zusätzlichen Mehrbedarf von 45 Milliarden Euro für Streckensanierungen bis 2027 errechnet. A-Ding steht bis heute die Finanzierung in den Sternen. Die Erhöhung der LKW-Maut, die Sie dafür nutzen wollen, wird nicht mal die Hälfte davon finanzieren. Hier werden großspürige Ankündigungen gemacht. Umgesetzt, davon wird wenig. Das ist keine solide Politik. Deshalb braucht es jetzt einen ausreichenden Haushaltsansatz. Herr Minister, wir werden Sie an diesem Thema beim Wort nehmen. Außerdem braucht es auch eine Struktur, die auch die Reformen und die Themen anpackt und die Namen auch verdient. Und das Geld auch ankommt, das vor Ort gebraucht wird zum Ausbau der Infrastruktur. Fast eineinhalb Jahre mussten wir jetzt warten, bis das Ministerium erste Pläne bekannt gibt. Im Januar 2023 soll die neue Struktur stehen. Die bis jetzt bekannten Pläne zur Reform der Bahn und zur Umsetzung des Koalitionsstrages der Ampel sind halbherzig und überzeugend in keinster Weise. Wir haben etwas vorgelegt, das entsprechend langfristig auch tragfähig ist, eine große Reform auch bedient, die transparent ist und auch Verantwortlichkeiten klar und deutlich definiert. Auch das ist etwas, was, glaube ich, noch mal bedeutend ist. Sehr geehrter Herr Wissing, auch lieber Herr Bahnbeauftragter, lieber Herr Theurer, packen Sie die Themen an. Wir haben viele, viele Vorschläge auf dem Tisch. Wir haben die richtigen Themen auch, glaube ich, angepackt, auch gerade in unserer Fraktion. Wir haben ein Angebot gegeben an die Themen. Gräfen Sie das Angebot auf. Wir wollen jetzt die nächsten Monate mit Ihnen diskutieren und dann ein gutes Ergebnis für die Bahn entsprechend auch hervorheben. Das wird entsprechend das Ziel auch unserer Arbeit im Ausschuss und hier im Bundestag sein. Herzlichen Dank. Die Kollegin Elia Troff-Schawazek hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im vorliegenden Antrag analysieren Sie, liebe Kollegen und Kolleginnen von der CDU-CSU, den Zustand der Deutschen Bahn. Vor allem für die Nutzerinnen und Nutzer, das sind wir ja wohl alle irgendwie in diesem Raum, zeigt sich, dass das nicht rund läuft mit der Deutschen Bahn. Wir alle kennen die Beispiele, wir alle können Geschichten erzählen von Verspätungen, von Ausfällen, von defekten Klimaanlagen, Toiletten, Bordküchen. Ich glaube, das wissen wir alle, kaum eine Fahrt verläuft störungsfrei. Und genau in diesem Moment kommen Sie um die Ecke und sagen, der Bahnkommission soll komplett umgekrempelt werden. Ich halte diese Idee für fatal und völlig falsch. Sie fordern die komplette Trennung von Netz und Betrieb. Sie wollen mehr Wettbewerb auf der Schiene. Das ist eine Idee, die in anderen Ländern längst gescheitert ist. Meine Kollegin Dorothee Martin hat gerade auf das Beispiel England hingewiesen. Sie wünschen sich bei der Bahn mehr Durchschlagskraft für die Politik. Ich sage Ihnen, eine Zerschlagung ist dafür der falsche Weg. Sie vergrößern damit die Unsicherheit bei Kundinnen und Kunden. Sie zerstören damit Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den letzten Jahren ihr Bestes gegeben haben, den Konzern gegen ihre Politik zusammenzuhalten. Schauen wir uns deswegen noch einmal an, welche Vorteile es haben kann, Netz und Betrieb wie derzeit in einem integrierten Konzern zu behalten. Sprechen wir von Synergie. Eine gute Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche innerhalb der Bahn führt in jedem Fall zu einer besseren Abstimmung von Fahrplänen, Wartung und Investitionen. Eine Zerschlagung hingegen könnte diese Abläufe deutlich ineffizienter machen, und das kann niemand wollen. Sprechen wir als Nächstes über Personal. Dann werden wir diese Synergien ausgeben. Dann bedeutet es auf jeden Fall weiteren Personalaufwuchs. In der aktuellen Situation – wir sprechen hier inzwischen jeden Tag von Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel – werden wir dieses Personal absehbar nicht finden. Sprechen wir über Kundenorientierung. Hier ist viel im Argen. Aber glauben Sie wirklich, dass es besser wird, wenn sich eine Vielzahl von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern die Verantwortung für Fehler im Betrieb gegenseitig zusprechen? Sprechen wir über langfristige Planung. Die Bahn verfolgt in großen Teilen langfristige Ziele im Hinblick auf Ausbau wie auch Passagiererlebnis. Die Planung von Investitionen, Innovationen und Entwicklungsvorhaben läuft in einem integrierten Konzern besser. Wenn Sie Netz und Betrieb trennen, verfolgen diese Bereiche möglicherweise unterschiedliche Ziele. Auch da wird es für Kundinnen und Kunden eher unübersichtlicher. Was fordern Sie außerdem in Ihrem Antrag? Stärkung des Schienengüterverkehrs, zügige Digitalisierung der Schiene, Umsetzung des Deutschlandtaktes, Planungsbeschleunigung – alles Ziele, zu denen sich diese Koalition ebenfalls bekennt und an deren Umsetzung gearbeitet wird. Sie alle kennen die Ergebnisse der Beschleunigungskommission Schiene. Dort steht schwarz auf weiß, welche Projekte wir kurzfristig anstoßen werden. Ich habe noch nicht darauf hingewiesen in dieser Rede, wer im gesamten letzten Jahrzehnt die Verkehrsminister in diesem Land gestellt hat. Ich will Ihnen auch gar nicht absprechen, dass die Analyse in Ihrem Antrag korrekt ist. Sie sind sogar sehr ehrlich. Ihre Lösungsvorschläge sind hingegen alter Wein in noch älteren Schläuchen. Eine Zerschlagung der Bahn ist nicht die Lösung, schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Was es jetzt braucht, ist viel politischer Wille, der Bahn wieder auf die Beine zu helfen. Diesen Willen haben Sie, Kolleginnen und Kollegen der Union, sehr lange vermissen lassen. Wir hingegen waren und sind offen für Reformen und setzen diese jetzt um. Mit Augenmaß, damit die Situation für Kundinnen und Kunden und auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht schlechter wird. Damit die Menschen wieder Vertrauen fassen können für die Schiene. Wir stärken der deutschen Wahn für die Verkehrswende den Rücken. Und darum lehnen wir Ihren Antrag ab. Danke. Soweit auch schon mal die Ankündigung der SPD. Wie gesagt, dieser Antrag wird allerdings noch in den entsprechenden Ausschüssen beraten, kann dann also auch noch verändert werden. Und danach kommt es zur Abstimmung. Enak Ferlemann nun für die CDU-CSU-Fraktion. In der Tat, wenn man die Debatte so verfeucht, hat man außer gegenseitigen Vorwürfen von der Ampel an die frühere Regierung, an die CDU-CSU, nicht viel Konstruktives gehört. Wir hätten uns erwartet, dass vielleicht mal ein bisschen der Blick in den Werkzeugkasten der Infrako gegeben würde. Das haben Sie nicht geliefert. Und die Frage, warum man Vorschläge macht, das ist doch klar. Die mit uns in der Regierung über Jahre befindliche SPD, ich weiß es ja ganz genau, dass wir in der letzten Legislaturperiode, lieber Kollege Müller, ja schon intensiv diskutiert haben, wir brauchen eine Reform. Nachdem wir 25 Jahre Bahnreform bilanziert haben, müssen wir uns überlegen, wie wir in die Zukunft gehen. Und eine solche Reform kann man nicht machen mit einer einfachen Mehrheit. Solche eine Reform kann man nur machen mit allen staatstragenden Parteien zusammen. Weil Sie können nicht alle vier Jahre so ein System umbauen und umstellen, sondern Sie müssen das gemeinsam machen. Und es gibt eine Blaupause dafür, wo uns das gelungen ist. Das Personenbeförderungsgesetz, da haben wir alle zusammengesessen. Die Parteien im Bundestag, die Bundesländer. Und wir haben gemeinsam, wie ich finde, eine sehr gute Reform hinbekommen. Und genauso müsste man das hier auch machen. Und ich verstehe nicht, Herr Gastel, warum Sie diesen Weg verlassen haben. Ich könnte Ihnen jetzt ganz viele Zitate aus den Vorjahren vorhalten. Sie waren für ein Trennungsmodell mit Leidenschaft, mit Engagement. Wenn ich heute Ihre Rede halte, außer Beschimpfung der Opposition, war da inhaltlich leider nicht viel drin. Das ist sehr schade. Und Sie sind sehr vom Kurs abgekommen. Genauso wie die Kollegen von der FDP. Die waren auch mal leidenschaftlich für das getrennte Modell. Wo ist Ihr Engagement geblieben? Wo ist das verschwunden? Und das ist das Problem, was sich hier zeigt. Und dann haben Sie uns versprochen, es gibt ein Infrago. Nun gut, haben wir gedacht. Da wird sich ja was bewegen. Da hieß es, die Vorschläge kommen zum Ende des Jahres. Dann hieß es Anfang des Jahres. Dann hieß es vor der Osterpause. Dann war es nach der Osterpause auch nicht. Und jetzt sind wir vor der Sommerpause und haben immer noch nichts. Und das ist das Entscheidende, warum wir gesagt haben als Union, wenn es so ist und es klemmt, irgendwo in die Niederung dieser Ampel, wahrscheinlich steht das da auf Rot, die Ampel, dann haben wir gesagt, dann machen wir einen Vorschlag, um diese Debatte anzuschieben, weil wir können es uns nicht erlauben, eine ganze Legislaturperiode wiederum zu verschwenden, wiederum zu verschwenden, wie die, ja, weil wir es in der letzten Jahr auch nicht hinbekommen haben, gemeinsam, wie Sie wissen, wie Sie ganz genau wissen, um diese Grundsatzfrage zu klären. Und darum geht es im Kern. Es geht nicht um die Details, die hier vielfach gesagt worden sind, ob ich eine Weiche schneller tausche oder einen Bahnhof renoviere. Es geht um die einfache Frage, wie kriege ich die betriebswirtschaftliche Situation und Diskussion in der Bahn, in einer Aktiengesellschaft hin, mit einer volkswirtschaftlichen Betrachtung der Politik des Deutschen Bundestages. Das sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Und deswegen müssen wir dort eine Lösung finden. Und ich hoffe, dass Sie auf den Weg zurückkommen und eine gemeinsame, lösungsorientierte Arbeit mit uns machen, um wirklich eine gute Bahnreform hinzubekommen. Das, was Sie bisher vorgelegt haben, reicht nicht aus. Vielen Dank, Herr Färlemann, mit seiner Kritik an der Ampelkoalition für die SPD-Fraktion. Zumindest kann jetzt noch Jan Plobner antworten. Er ist hier der letzte Redner in dieser Debatte. Sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen! Liebe Union, ich könnte jetzt noch mal lang und breit wiederholen, was meine Kolleginnen vor mir bereits gesagt haben. Aber ich belasse es vielleicht bei der Zusammenfassung. Die Zusatzverschlagung der Bahn wird kein einziges von den Problemen, die Sie aufgeworfen haben, lösen. Mit der geweinwohlorientierten Infrastruktursparte arbeiten wir konstruktiv und lösungsorientiert an einer besseren Bahn. Das, was Sie seit bereits vielen Jahren im Verkehrsministerium hätten tun können, statt sich mit den eigenen Debatten aber immer wieder im eigenen Kreis zu drehen. Schauen wir uns doch das Ganze mal ganz konkret an beim Thema Barrierefreiheit. Natürlich ist es kein Zustand, dass unzählige Bahnhöfe noch immer keinen barrierefreien Zugang haben, Fahrstühle nicht häufig genug gewartet werden, barrierefreie Umstiege mangels Personal nicht möglich sind. Oder fügen Sie hier irgendein x-beliebiges Beispiel aus Ihrem Wahlkreis ein. Wir kennen, glaube ich, alle viel zu viele davon. Durch Ihr ständiges Fordern einer Zerschlagung wird aber keine einzige barrierefreie Rampe mehr in diesem Land gebaut werden. Indem wir beim Thema Infrastruktur weggehen von der Gewinnorientierung hin zum Gemeinwohl, machen wir genau das möglich. Noch dazu beschäftigen wir uns in der SPD-Fraktion ganz konkret mit der Frage, wo es tatsächlich hakt. Warum zum Beispiel Förderstrukturen so komplex sind, dass sie immer wieder ins Leere führen, Einzelmaßnahmen zwar immer wieder funktionieren, das große Ganze aber dabei nicht in den Blick genommen wird. Warum will wir immer vom Fördern sprechen und einfach nicht vom Finanzieren von Barrierefreiheit? Wie wir es hinbekommen, dass gerade bei Bahnfahrten nicht nur die Infrastruktur barrierefrei ist, sondern auch der Service, so wie wir das bei der Anpassung des allgemeinen Eisenbahngesetzes gerade eben gemacht haben. Dort haben wir zum Beispiel festgeschrieben, dass das Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Bahnhofsbetreiber die Informationen, die sie an die zentrale Anlaufstelle geben müssen, auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und diese auf ihrer Webseite veröffentlicht werden. Das ist eine echte Verbesserung für die alltägliche Mobilität von Menschen mit Behinderung. Denn so kann man einfach und unkompliziert online erkennen, ob der Bahnhof barrierefrei ist, Leitsysteme verfügbar sind, ob ein Aufzug vorhanden ist oder ob das Personal auch noch nach 21 Uhr vorhanden ist. Gerade wenn wir dahin kommen wollen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen unabhängig spontan reisen können, ist das ein zentraler Schritt in die richtige Richtung. Wir fangen an, Barrierefreiheit gesamtheitlich zu denken. Das heißt, wir müssen auch dahin kommen, dass Projekte frühzeitig bewertet werden und mit den Betreffenden gemeinsam entwickelt werden. Das ist einer der zentralen Verbesserungsvorschläge von unserer Seite, und ich freue mich da auch weiter auf die Zusammenarbeit mit den Verbänden. Alles das meinen wir, wenn wir das Wort Gemeinwohl mit Leben füllen wollen, wenn wir sagen, dass wir konstruktiv und lösungsorientiert für eine bessere Bahn für alle kämpfen möchten. Mit den Vorschlägen von Ihnen, liebe Union, die Sie uns aufgewärmt alle drei Monate um die Ohren hauen, bewegen wir in der Hinsicht gar nichts. Jetzt hätte ich noch Redezeit übrig, aber mir fällt beim besten Willen zu diesem Antrag eigentlich nicht mehr im Ein. Dann dachte ich mir, ich schließe das noch versöhnlich mit ein paar lobenden Worten über die Erfolge der Union in den letzten zwölf Jahren für das Thema Barrierefreiheit und die Bahn insgesamt. Aber auch dazu ist mir leider gar nichts mehr eingefallen. Ich würde deswegen darauf vorschlagen, die restlichen 37 Sekunden meiner Redezeit Ihnen zum weiteren Reflexion Ihres Antrags zu überlassen. Und noch mal von vorne anzulagen, wir sind immer für die Zusammenarbeit werbereit. Vielen Dank. Das heißt, eine Zwischenfrage wollen Sie auch nicht zulassen. Das habe ich so verstanden. Dann schließe ich die Aussprache. Wie bitte? Sie möchten eine Kurzintervention machen? Bitte schön. Ulrich Lange möchte hier eine Kurzintervention abgeben. Herr Kollege, nachdem Sie mit Ihrer Redezeit so hervorragend ohne Verspätung durchgekommen sind und auffällig war, dass bei der SPD kein Redner der letzten Periode der Verkehrspolitik sich zu Wort gemeldet hat, will ich nur fragen. Kennen Sie das Programm ZIP? Kennen Sie das Programm 1000 Bahnhöfe? Kennen Sie FAB 1 und FAB 2 Ausbau Barrierefreiheit? Das sind alles Programme, die wir gemeinsam, lieber Kollege Detlef Müller, lieber Kollege Udo Schiefner, mit der Kollegin Kerstin Lühmann, die ich persönlich sehr schätze, zusammen, Kerstin Lühmann, auf den Weg gebracht haben. Und wenn Sie sich jetzt hier hinstellen, dann frage ich einfach, ob Sie die Programme kennen und ob Sie zu der Regierungsverantwortung stehen, die Sie in den letzten acht Jahren mit uns gemeinsam, in der Verkehrs- und in der Bahnpolitik, in den Koalitionsrunden, mit Martin Burkhardt, von der EVG und SPD zusammengetragen haben. Sie möchten antworten, bitte schön. Ich glaube, wir kennen diese Programme, aber ich glaube, die große Allgemeinheit nicht. Und das liegt vielleicht auch daran, dass sie offenbar nicht zum Erfolg geführt haben. Diese ganzen Gelder, die wir da reingestückt haben, haben das, was wir eigentlich wollen, ein barrierefreies Land, offenbar nicht großteils vorangebracht. Und deswegen müssen wir jetzt neu nachdenken und deswegen tun wir das auch. Ich freue mich, auch mit der neuen Regierung gemeinsam endlich diesen Interesse zu haben, dass wir gemeinsam auch der Bahn vorankommen wollen. Dann sind vielleicht mit neuen Finanzierungsvorschlägen auch diese Themen endlich so weit, dass wir tatsächlich ermessbare Resultate daraus sehen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.